Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung für Handstulpen oder Marktfrauenhandschuhe. Ich werde sie mit Wietsockenwolle fertigen, vierfach gedreht und mit zwei Fäden gleichzeitig gestrickt. Ich benötige dafür ein doppeltes Nadelspiel, weil ich bei beiden gleichzeitig anfange. Es werden insgesamt 40 Maschen angeschlagen. Ich schlage 8 Maschen an und auf der nächsten Nadel dann 12. Noch einmal 8 und noch einmal 12. Das mache ich aus diesem Grund, weil ich mit zwei Maschen rechts beginnen möchte und zwei Maschen links enden möchte. Es wird also im Bündchenmuster gearbeitet, zwei Maschen rechts und zwei Maschen links. Auf diese Weise weiterarbeiten, bis die gewünschte Armlänge erreicht ist. Bei mir sind das 12 cm. Das zweite Teil wird nun ebenso gearbeitet. Dann stricken wir eine Reihe nur in rechten Maschen darüber und verteilen die Maschen auf der Nadel, sodass überall 10 Maschen drauf sind. Wenn wir das an dem zweiten Teil genauso gemacht haben, können wir nun bestimmen, wo wir später die Zunahmen für die Daumen machen. Wir legen die Teile nun so hin, dass die Anfangsfäden vom Maschen aufnehmen außen liegen. Innen ziehen wir dann andersfarbige Fäden hinein, sodass wir immer die Stelle markiert haben, wo wir für die Daumen die Maschen zunehmen. Und das geht dann wie folgt. Es wird in rechten Maschen weitergearbeitet und wenn wir an der Seite, wo der Faden hängt, angekommen sind, können wir die erste Zunahme machen. Und zwar bei der vorletzten Masche. Ich hole die Masche wie bei einer rechten Masche nach oben, ziehe sie aber nicht von der Nadel und steche von hinten noch einmal ein, um den Faden zu holen, noch einmal. Ich gehe vorne rein, hole den Faden, lasse ihn links auf der Nadel und steche noch einmal hinten hinein. Und dann kann ich den Faden von der Nadel nehmen, die letzte nun mal rechts abstricken. Und dann noch einmal dieselbe Zunahme, allerdings direkt an der ersten Masche. Vorne einstechen und noch einmal hinten einstechen. Der Rest wieder in rechts stricken. So werden alle Zunahmen gemacht. Immer an der Nadel, bevor wir zu unserem Markierungsfaden kommen, an der vorletzten Masche eine Masche verdoppeln. Und bei der nächsten Nadel dann, nach unserem Markierungsfaden, die erste Masche verdoppeln. Zwei Reihen rechts darüber stricken, ohne Zunahme. Und dann folgt wieder eine Zunahme. Eine Reihe ist immer zu Ende, dort wo der Faden am Anfang hängt. Wir machen insgesamt vier Zunahmereihen. Und jedes Mal zwei Reihen darüber stricken. Nach der letzten Zunahmereihe habe ich insgesamt sieben Reihen in rechts darüber gestrickt. Man sollte das Ganze auch anprobieren. Und die Nadel sollte über dem Knochen des Daumens sitzen, also über dem Gelenk. Das zweite Teil ebenso arbeiten. In der nächsten Runde wird die erste Nadel, also die zehn Maschen, normal abgestrickt. Und von der zweiten Nadel stricken wir nur neun Maschen ab. Wir verdrehen den Faden, sodass sich eine Schlinge bildet und geben sie auf die Nadel. Und noch einmal eine zweite hinzu. Fest anziehen. Danach brauchen wir eine Hilfsnadel oder eine normale Sockenstricknadel. Darauf heben wir die restlichen fünf Maschen der Nadel ab und die ersten fünf Maschen von der nächsten Nadel mit hinzu. Nun stricken wir weiter in Runden, dabei am Anfang den Faden fest anziehen. So entsteht das Daumenloch und das können wir jetzt einfach liegen lassen und weiter an der Hand stricken. Nun befindet sich hier auf der rechten Nadel noch elf Maschen durch die zwei Maschenzunahmen und auf der anderen Seite nur neun. Und die eine Masche können wir auf die andere Seite herüberheben, sodass wieder überall auf jeder Nadel zehn Maschen sind. Runde für Runde in rechten Maschen weiter stricken. So nimmt das Ganze schon ein wenig Formen an. Weiter stricken bis etwa vier Zentimeter vor dem Ende des kleinen Fingers. Danach beginnen wir mit einem anderen Muster. Und zwar machen wir jetzt noch einmal das Bündchenmuster. Zwei Maschen rechts und zwei Maschen links. Ich habe sieben Reihen so gestrickt. Aber ihr könnt das Ganze anziehen, um die gewünschte Länge zu sehen. Ich habe so weit gestrickt, dass man immer noch ein Stückchen von dem kleinen Finger sehen kann. Danach alle Maschen locker abketten und die Fäden sauber vernähen. Das zweite Teil ebenso stricken. Und wie das Ganze weitergeht, erfahrt ihr in dem zweiten Teil. Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020